5. März 1912 Diese empörenden Ärzte, geschäftlich entschlossen und in der Heilung so unwissend, dass sie, wenn jene geschäftliche Entschlossenheit sie verließe, wie Schuljungen vor den Krankenbetten stünden. Hätte ich doch die Kraft, einen Naturheilverein zu gründen. Durch das Herumkratzen im Ohr meiner Schwester macht Dr. Krall eine Trommelfellentzündung zu einer Mittelohrentzündung. Das Dienstmädchen fällt beim Einheizen hin. Der Doktor erklärt es mit jener Schnelligkeit der Diagnose, die er gegenüber Dienstmädchen hat, für verdorbenen Magen und Blutandrang infolgedessen. Am nächsten Tag legt sie sich wieder nieder, hat hohes Fieber. Der Doktor dreht sie links und rechts, konstatiert Angina und läuft rasch weg, um nicht vom nächsten Augenblick widerlegt zu werden. Wagt sogar von niederträchtig starken Reaktionen dieses Mädchens zu reden. Woran das wahr ist, dass er an Menschen gewöhnt ist, deren körperlicher Zustand seiner Heilkunst würdig und durch diese hervorgebracht ist und dass er sich durch die starke Natur dieses Mädchens vom Lande mehr als er weiß beleidigt fühlt.